Sie sind gekommen, um Ihren Mut und Ihre Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen. Dies ist die letzte und schwerste Prüfung, die Sie bestehen müssen. Heute geht es um sage und schreibe 50.000 Dollar. Das Spiel heißt Master Blaster. Das Ziel, die anderen zu erledigen. Sie sind gekommen, um Ihren Spaß zu haben. Aber nicht alle halten sich an die Regeln. Aus dem Spiel wird tödlicher Ernst. Einem von euch wird was zustoßen. Und zwar bald. Du kommst vor den Doktor. Das ist eine ziemlich komische Farbe. Einige von ihnen werden nie mehr spielen können. Gewalt und Sadismus bestimmen die neuen Regeln. Jeder hat nur eine Wahl. Zu töten oder getötet zu werden. Master Blaster. Auch Sie können mitspielen. Es ist ganz einfach. Alles, was Sie tun müssen, um zu gewinnen, ist, am Leben zu bleiben. Master Blaster.